Hallo Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together NHL 2013. Wir sind nur auf Platz 6 und haben geile Laune, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß woran es liegt. An einem Alkohol, ja. Nö, dass wir mal wieder zusammen zacken können. Haben wir lange nicht gemacht deswegen. Komm rüber! Nö, ich geh zu Hannover. Würde das gehen? Nö. Würde das gehen? Nein. Okay. Ähm, ne es ist ja auch keiner verletzt. Warte mal kurz. Ähm, in der vierten Sturmreihe ist der, aber warum? Ja. Keine Ahnung. Egal. Tja, liebe Freunde, das Spiel gegen Hannover müssen wir gewinnen. Ansonsten wird es mal richtig spannend mit den Playoffs. Jupp. Und in diesem Sinne? Ab in die Rinne. Nice. Richtig. 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 Ja! Schön! Schöne Einzelaktion auf jeden Fall. Aber die Sache ist immer so schön. Du musst den Gegner wohl Anfang an dezimieren. Und auch noch Jason Holland, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber guck dir die an, wie knapp das war! Hammer! Oh. Ach, teilweise we should go. Oh, Teilweise! Oh, Teilweise! Ah, es was da! Für von uns geht's! Ohhhhh! Es klappt nicht jedes Mal, ne? Abseits? Ja, ich dachte, du wärst schon drüber gewesen. Ne, ich war, ich war ja am Punkt. Ja, ja, ich dachte, du wärst schon drüber gewesen. Naja. Es ist passiert. Von diesen drei Linien muss man sich für eine entscheiden. Schöpaskal! So! Das Spiel ist wunderbar, das merke ich jetzt schon. Ach, wir wollten uns jetzt noch über deinen YouTube-Kanal unterhalten. Ja, aber das muss nicht jetzt sein. Schade. Schade, ich dachte, ich hätte den Punkt noch gehabt. Oh. Oh. Oh, das. Oh. Oh. Ja, von überall kommen rot-gelbe an. Schön gestört. Oh, 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 oh. Das war mir zu riskant. Vorne wäre Zuges auch sehr riskant gewesen. Ja, ja. Deswegen war der Pass. Ich hab hier immer die Befürchtung, dass der Punkt durchgeht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Drecksack. Letzte Minute. Schöter! Woop, woop! Shit. Komm, das erste Drittel müssen wir mit dem 1-0 nehmen! Nein! Nein! Oh ja! Ein schönes Tor von Ben! Wir sind in den ersten paar Minuten. Da kriegt es! Aber es war so knapp! Echt heavy, ey! So! Der Scouting-Bericht Nummer 1! Boah! Die ist auch wieder gerade! Der ist extrem! Okay! Weiter geht's! Der ist echt, echt, echt extrem gerade! Der ist sehr. Shit! Ahhhh, schade. Schön gedacht. Ich dachte, das funktioniert. Hattet ihr auch fast. Schieß! Schrafe. Fuck. Ich wüsste jetzt nicht wofür. Behinderung. Die sind doch behindert. Oh, Jason Hollands. Jep. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ah, schade. Schieß! Mach es alleine. Mach es! Mach es! Mach es! Hyping! Aber nicht von uns. Nein! Also dieses 1 zu 0 würde mir schon reichen. Mir nicht. Das sind drei Punkte. Mir reicht es nicht. Und wir sind doch wieder Platz 5. Achso, du bist ja. Jawoll. Ach, schön. Aber leider. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es ist verdammt knapp, dieses 1 zu 0. Und lange halten wir da nicht mehr. Nein. Hannover macht einen unwahrscheinlichen Druck. Schade. Schade. Habe ich nicht richtig geschaltet gerade. Wooh. 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 Fuck. Oh, no. Hilfe! Oioiiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiioo Mitflach der 2. 0AM fine dann könnten 3 zum 11agre ven Blいます das gilt thorough für eben wieder bei der仔ie Opa, okay. Ich hoffe, das ist kein Fehler daran. Letzte Minute. Ja, liebe Freunde, das zweite Drittel ist vorbei. Es steht immer noch 1 zu 0, aber wenigstens für die richtige Mannschaft. Das ist alles, das zählt. 3 Punkte. Die sind verdammt wichtig. Aber lass dem Pascal doch was haben. Warte? Lass dem Pascal was haben. Wie du befiehlst, mein Freund. Jo. Der zweite Scouting bricht. Jawohl. Wer es lesen will, Pause machen. Wie ist es? Wie ist es? Ansonsten geht es jetzt weiter. Oh, ich höre mich mal nicht doppelt. Ey, das ist richtig geil. So, auf geht's ins letzte und entscheidende. Richtig. Und du bist am Bulli. Und du bist am Bulli. Oh, ja! 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 Boah, das schnellste Tor, was ich je geschossen hab, man. Nach 28 Sekunden. So, ich bin gleich weit und so weit. So, dasola Kord derult. So, ich bin in der 0-1-3-4-0, aber nicht nur noch fast genug. So, alles dankbar mit dem hohen Kopf. So, das wird so großartig sein. So, ich bin in der 0-1-3-4-0. So, ich bin in der 0-1-4-0. So, ich bin in der 0-1-5-0-2-0, aber nicht auch vor Ort. So, ich bin in der 0-1-4-0 und es bin in der 0-1-1-0. So, ich bin in der 0-1-0. So, ich bin in der 0-1-4-1, die sind in der 0-1-0. Jetzt los die Nervenbalken! Ah, da steht kein Schweine! Fünfter, wir sind Fünfter, schalalalalalalalalala All the way to the point Got the puck So I tuck in the funny it's yeah carries that in shot of his territory to Manning Dumps that one across Here's a two-on-one Pick that puck up in front of his own net War schön gedacht Nur schlecht gemacht Oh, 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 oh Schön, schön gemacht, nicht nur so schön gedacht, aber schlecht gemacht Jaaaa Meine Technik müssen noch müssen arbeiten 11,5 Minuten noch, komm, das sehen wir ja wohl, packen! Schade Abseits! Abseits! Oh... Oh... Passiert! Was du? Jaa! Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, sowieso. Machst du einen Lauf der Wand, die Tore weg? Ne, also da war ich erst gerade mal unschuldig. Schade. Ooooooh, das war ich nicht. Das war ich nicht. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Schade. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Boah. Ach, schade. Mist. Oh, ich krieg kein Tor mehr. Ja. Alter. Letzte Minute. Jetzt durchhalten. Die drei Punkte sind verdammt wichtig. Ich muss mich nicht sagen. Die Augen der Tore zu raus. Das ist das. Nein! Muss das jetzt sein? Ja, ein Gericht. Shit! Jetzt, meine Freunde, wird's aber verdammt spannend. Jetzt wird's aber richtig spannend. Blos keine Verlängerung und bloß kein Tor für Hannover. Shit! 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 Ja, wenn du die ganze Zeit zu negativ bist, ja, dann passiert doch nur negativ. Ich? Ja, du bist hier negativ. Du ziehst uns runter. Ich bin nicht negativ. Das ist abstimmen, du ne? Wenn du die ganze Zeit Shit sagst, ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, negativ. Och, nö! Schon wieder negativ. Ja, die Punkte waren doch wichtig! Ich glaub, das war eh nicht. Ich bin nicht negativ. Ich bin hier ganz positiv. Ähm. Ähm. Ja. So viel dazu. Wir müssen die nächsten Spiele definitiv gewinnen. Ja. Dann sei mal nicht so negativ. Bin ich nicht. Oh nein. Wenn du uns ein Scheiße sagst und Shit! 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 Ich bin negativ. Ich bin negativ. So, die 3 Stars. Adam Kircheng. 2 Tore 0 Assists. Tommy Hannus. 0 Tore 2 Assists. Und Jeff Hogan. 1 Tor 0 Assists. Und ich fühl mich mal wieder nicht doppelt. Das ist ganz gut so. So. Und zurück zur Sendezentrale. Ich hoffe mal nicht, dass wir weiter abgerutscht sind. Was ist jetzt in den letzten 5 Minuten passiert? Keine Ahnung. Und das... Oh nein. Das nächste Spiel ist in Berlin. Oh mein Gott. Was sagt die Tabelle? Autsch. Sag die Tabelle. Aber... Wir dürfen den 6. Platz nicht verlieren. Dürfen wir nicht. Weil ab Platz 7 sind die Preplayers Und das ist nur ein einziger Punkt der uns davon trennt Wir dürfen nicht mehr verlieren Aber das sehen wir in einem anderen Video Und in dem Sinne Alles klar, haut rein